Die Gemeinde Ellingen veranstaltete am heutigen Sonntag zum ersten Mal den Tag der offenen Ateliers mit zahlreichen Künstlern, Ausstellern und vielen weiteren Kulturakteuren. Von Malerei und Zeichnung über Bildhauerei und Druck bis hin zu Kunsthandwerk war alles dabei. An vielen verschiedenen Orten, wie zum Beispiel der Gemeindebücherei oder einem Buchladen, präsentierten die Künstler ihre Werke. Umrandet von einem bunten Programm gab es im Krügerpark einige Stände und Kunstwerke zu sehen, wie die Rasenmäherzeichnung von Ralf Witthaus, Plastiken von Arthur Rosenfeld und Gemälde von Isabella Krause. Wer vor lauter Staunen hungrig wurde, konnte es sich beim White Picknick schmecken lassen.